Auch Wunder ist jetzt auf ihrem Startplatz. Anathina ist jetzt die letzte Kandidatin. Alle sind in Position und boxen auf an der 1850-Meter-Marke zum zweiten Rennen, dem Preis der HIT-Märkte. Extravaganza parallel zur Scheibenstraße an der Spitze, dahinter dann North Marm in zweiter Position vor außen Baraka. Und auch Feodora wird jetzt gleich mit in vordere Linie beordert. So geht es in die Gegenseite hinein. Feodora macht das Tempo, löst jetzt Extravaganza an der Spitze ab. Dahinter ist in dritter Position dann North Marm vor Wunder und an der außen daneben postierten Baraka. Dann zwei Längen bis zu Anathina und Kolumbiana am Ende des Feldes. Mitte der Gegenseite Feodora weiterhin mit dem Kommando. Das sind zwei Längen, dahinter dann das Duo bestehend aus außen North Marm und innen daneben Extravaganza. Dahinter sieht man dann Wunder und Baraka vor Anathina und am Ende des Feldes Kolumbiana. Es geht auf das Ende der Gegenseite zu. Feodora marschiert vorne weg. Dann hinter bleiben prominent und verändert Extravaganza innen. Und an der außen Seite North Marm. Dahinter sieht man dann außen Baraka mit Wunder vor. An der Innenseite Kolumbiana und Anathina am Ende des dichtgeschlossenen Feldes. Es geht durch den Scheitelpunkt des Bogens. Feodora führt das Feld weiter an. Dahinter in zweiter Position außen North Marm vor Extravaganza Baraka. Dann Wunder außen an Antino und am Ende des Feldes Kolumbiana. Jetzt geht es in den Einlauf hinein. Noch 600 Meter und Feodora vorne. Feodora mit dem Kommando. Feodora marschiert in guter Haltung. Dahinter lässt sich jetzt North Marm anschieben. North Marm schreitet zum Angriff, kommt näher an Feodora heran. Und an der Außenseite dann auch Baraka mit Wunder. Die können ebenfalls noch nachsetzen. Extravaganza ist geschlagen an der am Ende des Feldes und verändert Kolumbiana. Aber Feodora vorne. Feodora ist vorne. Feodora von North Marm versucht es an der Außenseite. Aber Wunder wird immer stärker. Wunder wird stärker vor Feodora. Feodora ist vorne. Aber Wunder. Wunder schafft das Wunder. Wunder streckt sich. Und Wunder gewinnt das Rennen. Wunder gewinnt bei ihrem Lebensdebüt. Vor Feodora. Dahinter dann North Marm vor Baraka. Zurückfolgen dann Anathina mit Kolumbiana und Extravaganza. Zurückfolgen dann Anathina mit Kolumbiana und Extravaganza. Die vorläufige Platzierung zum zweiten Rennen. Siegerin im Preis der Hit-Märkte ist mit der Programm Nummer 7 die dreijährige Stute Wunder. Auf dem zweiten Platz war die 1 Feodora, dritte die 6 North Marm und auf dem vierten Platz die 3 Baraka. Ich wiederhole die vorläufige Platzierung zum zweiten Rennen. 7 Wunder, 1 Feodora, 6 North Marm und 3 Baraka.